So, unser letzter Stopp hier beim Roadtrip 2023 ist bei Vöhring und das ist in der Nähe von Nürnberg, Ingolstadt. Und wir sind hier im Ilmhausgarten und da gehen wir jetzt erstmal rein und das zeige ich euch mal. So, hier ist unser Zugang. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Es brennt auch Licht. Internet. So, hier ist ein Doppelzimmer oder ein Doppelbett. Das ist alles sehr rustikal. Hier ist das nächste. Ich glaube, das ist ein Haus für bis zu zehn oder zwölf Personen. Ich glaube, zehn waren es. Hier ist die Küche. Auch mit, ohne Spülmaschine. Ja, da müssen wir einmal, ne, mit Spülmaschine, eine kleine, reicht völlig aus. Und wir haben hier ein Willkommens. Rosé und Katjes, liebe Gäste, wunderbar. Barbaro, Maximilien, Ziegler mit im Hausteam. Der Tisch ist ausziehbar. Einmal hinweisen. Dann gehen wir mal hier runter. Erstmal links. Hier ist noch ein Zimmer. Wir haben gesagt, also die Kinder wollen jetzt mal wirklich alle in einem eigenen Zimmer schlafen. Deswegen ist hier mal eine Bettdecke. Hier ist eine Toilette. Dann geht's weiter. Das ist wirklich ein sehr altes Haus, aber super schön. Hier ist ein Bad. Da machen wir mal Licht an. Große Dusche, Waschbecken und um die Ecke versteckt. Bisschen geschützt die Toilette. Dann geht's weiter. Hier ist abgeschlossen. Schließen wir mal auf. Eine Waschküche, Waschmaschine. Und ja, Wäscheständer, Kinderstuhl. Und bevor ich rausgehe, gehe ich mal hier hoch. Gehe ich auch noch hoch. Nur ein bisschen mit dem Kopf aufpassen. Dann haben wir hier oben noch ein Studio. Hacks Wohnzimmer im Prinzip. Sehr schön. Wollen wir hier rum. Gibt's auch noch ein Zimmer. Also Zimmer gibt's hier genug. Wobei dieses hier scheint privat zu sein. Das ist abgeschlossen. Nicht schlimm. So, hier ist noch ein kleiner Kamin. Auch nochmal ein Einzelzimmer. Oder doch. Wir schlafen sogar zwei. Aber das war noch nicht alles, wie ich gerade gesehen habe. Das geht noch hier hoch. Mal gucken, was hier ist. Hier wäre auch noch eine Schlafmöglichkeit. Ich glaube, das reicht aber für uns auch. Wir sind ja nur mit sechs Leuten. Also gehe ich mal hier rum. Und da ist Wasser. Gehen wir mal in den Garten. Um die Ecke. Hier habe ich eine Tür gesehen. Hier schließe ich mal auf. Und lasse das auch auf, sonst sperre ich mich hier aus. So, hier seht ihr, hier haben wir einen Parkplatz direkt an der Tür. Eine große Sitzmöglichkeit. Im Trockenen. Sehr schön. Alles auch sehr sauber übrigens. Superschöner Eindruck. Hier haben wir die Möglichkeit. Ja, es ist natürlich kein Schwimmbad. Aber es ist eine Wasserstelle. Und hier sind noch ein paar Fischchen drin. Hier könnte man Kano fahren, wenn man möchte. Wenn wir einen Kano hätten. Aber ansonsten haben wir hier liegen. Wir haben einen Schwenkgrill. Wir haben hier wahrscheinlich abgeschlossen. Ist offen. Und hier ist auch ein Kinderstuhl. Hier haben wir auch ein paar Sitz- und Sportsachen. Ja. Also das Haus macht einen sehr guten Eindruck. Den Link zum Haus ist über Airbnb oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung für euch. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal. Drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.